Was ist ein Zeichen, dass man sich wohlfühlt, wenn man seinen Arbeitsplatz gefühlt wohnlich einrichtet? Und wer sich jetzt fragt, warum da hinten ein Blümchen steht, ich hatte die Tage Geburtstag und das war ein kleines Geschenk von einer Teilnehmerin. So sieht's aus. Die erste Woche ist jetzt rum. Ich habe mich in keiner Minute irgendwie alleine gelassen, wie gut ist es eine kleine Familie und jeder unterstützt jeden. Was den Kurs betrifft, sind die ersten zwei Wochen relativ locker. Ich werde euch zukünftig noch öfter mitnehmen auf meine Reise. Wir sehen uns bald wieder.